Marco Roos, ein Frankfurt-Mann durch und durch. Ich habe viele, viele Jahre zusammen viel Großartiges erlebt. Marco Roos rettet auf der Linie. Ich habe mich toll unterstützt, als es mit meiner Krankheit war. Ich denke, dass die Zeit kommen wird, da werden wir uns zusammen verabschieden können, wenn es die Zeit oder die Phase des Lebens wieder zulässt. Da ist der Siegerin! Marco Roos macht die Führung! Nochmal Caio Roos! Vielen, vielen Dank für alles und bis dann! Vielen Dank für's Zuschauen!